Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa ihr Ninjas da draußen Heute wieder zu einer Folge Repoly zusammen mit FreshFries Hallo! Und ja, wir warten bis Heute eher ne Loot-Folge erstmal Erstmal ne Loot-Folge, weil erstmal muss Tag werden Baumfels Mir geht jetzt eh das Inventar förmlich über Ich hab auch bisschen was dabei Was bist du mit der Fackel? Wieso ist die eigentlich nicht an? Turn on Hat kein Brennmaterial mehr Baumfels Aufteilen Wirf mich an Echt? Hab ich getroffen? Ja War Zufall, aber nice, dass das geklappt hat Was kann man mit nem Sägebock machen? Ach, da braucht man Kupferbarren früher Ich glaub, wir müssen früher oder später Höhlen finden Glaubst du auch? Bestimmt, ich hab übrigens Kartoffeln gefunden Dann kann ich ja Kartoffelsamen herstellen, ne? Geil Ich weiß nicht, woher ich die Kartoffeln hab Aber Na gut Na gut, die Tomatenpflanzen sind noch nicht größer, würde ich sagen Ja, ein bisschen insgesamt Also wenn man mal von Anfang an guckt So ne Prozentangabe wär halt echt cool Ne Gerberei könnte man machen Aber Leder hat man auch noch keins Ne Leder gibt's wahrscheinlich von den Hirschen und so Ja, glaub ich auch stark So Kartoffeln sind angepflanzt Mhm Holzrampe, also ne Basis könnte man schon ein bisschen bauen So ne Blockhütte So ne Blockhütte? Wie toll ist denn das? Na ziemlich viel Holz und Bretter Das Basis für das Eigenheim Das kann ich sogar bauen Holzfundament Oh, dann bau mal Holzfundament herstellen Zehn Sekunden Geht schnell? Zehn Sekunden ist echt schnell Ja gut, du bist da an der Werkbank Muss man jetzt auch so sehen So Fünf Wo kann man das hin? Hier ist das Zack Ja eins gleich, wow Das ist so viel, ne? Naja, ist jetzt nicht riesig Da machen wir noch Hier Holzbretter brauchen wir auch für, oder? Dann mach ich ein paar Bretter Nein, keine Bandagen Ich hab die Bretter markiert Lauf damit Herstellung So, darf ich die Bretter nicht anklicken? Hast du einfach nicht Ist verboten Na, ich glaube auch Zehnmal Bretter, bitte herstellen Nachdem die Bandagen durchs sind Guck mal, schon größer Ja, ja, ja Ich wär aber für 3x3 Ach, dann muss ich noch mehr Holz tun Na, ich hab noch ein bisschen Bestimmt auch, aber keine Bretter oder so Na, ich bin ja auch grad am Bretter produzieren Also, bisschen Basisbau heute, Freunde Ja, ein bisschen Aua Schon wieder getroffen? Du musst doch gucken, ne? Ja, ich bin im Inventar Was soll ich da gucken? Augen auf beim Inventarkauf Ja, ja, komm Trifft der auch? Nee, der trifft dich Schade So, 4 Stück kann ich wieder bauen Also, brauchen wir dann nur noch Eine Zwei Zwei brauchen wir Hä? 3x3, wenn du 4 bauen kannst, dann eine Oder so Hier sind schon 4 Okay 4 plus 4 gleich 8 3x3 gleich 9 Wieso kann ich hier nicht Achso, weil ich drin stehe Komm hier hoch Dann kannst du von hier Aber da darf ich nicht in die Ecke Nicht? Nee, in die Ecke darf ich nicht Dann mach ich in der Darfst du hier? Ja, hier darf ich Das letzte muss ich noch warten Ist noch nicht fertig Nee Ah, ich hab auch noch eins dabei, sehe ich gerade Ah, gut Easy So Ja, dann als nächstes Wände, ne? Hä? So, wo sind Wände? Holztürrahmen brauchen wir einen auf jeden Fall Den baue ich direkt mal Ja, mach das Ja, mach das Holzwand Braucht man danach Ähh Ja, dann baue ich normale Wände Ja, so Dann auch Wände ein paar Wie viel kannst du? Ähh Ich weiß nicht Ich mach mal 5 Dann machst du 4 Ähh Ja, 4 funktionieren Oder 3 3 brauchst du nicht Jetzt hab ich 4 Ja, das ist ein Problem Nee, ist nicht Ich kann 1 abbrechen Oder auch nicht Weil das X nicht funktioniert Du musst mal Tab reingehen Dann funktioniert Nee, funktioniert nicht mehr Nee? Nö Ja, Zug ist abgefahren Wir bauen ja auch ohne Fenster, ne? Ja Ja Ja, komm Scheiß auf Fenster Wer braucht schon Fenster? Vor allem schön, dass es hier hinsetzt, dass man reinspringen muss Ja So, was haben wir hier noch? Ein Hammer Wurde benutzt, um Bauteile aufzuwerten, zum Reparieren, aufzuheben oder zu zerstören Kann man gebrauchen Kann man gebrauchen Kann man gebrauchen Einmal ein Das dauert 15 Sekunden aber Und es wird wieder heller Also dann kann man im Prinzip das ganze Zeug, was wir hier draußen stehen haben, abreißen und da rein tragen Mhm Kann man dann vielleicht noch ein zweites Stockwerk irgendwann draufsetzen und 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 So, ich hab den Hammer im Übrigen, was kann man alle damit tun? Ich hab schon mal ne Treppe gebaut Ja, nice Und ne Tür Ich kann nur zerstören und sonst nix Okay Jetzt die Frage, kann man an die Tür noch so ne Mini Treppe hinbauen oder so? Gibt's da was bei der Holzbank? Ha, die Bergbank hab ich aufheben können Ah, ich wollt grad gucken Und dann stell sie mal an die Wand Ja, sogar einigermaßen, bisschen viel Luft nach hinten, aber geht schon Ja, willst du jetzt... Holzfundamentstufen Willst du jetzt meckern? Ist es das, was ich brauche? Oh, ich denke das brauche ich Die Holzfundamentstufen Ein Schmelzofen? Pack ich hier in die Ecke Kannst du dir die kleine Truhe hier... Oh, noch Momento Wie ist das Wichtige eigentlich? Ich wollt den Schmelzofen schön platzieren Oh, der sieht sogar schön platziert aus hier Ja, hab ich's extra diagonal gemacht, weil ich mir dachte, das sieht cooler aus Kleine Holzströhe, wo soll ich die hintragen? Hm? Ja, irgendwo, pack einfach hin Ich wollt nur die Treppe da hinmachen Jetzt haben wir nämlich ne Treppe zur Tür Müssen wir nicht mehr springen Weil ich kann die Kiste unter die Dingens hier basteln Zum Beispiel Gut verstecken Unter die Werkbank geht das? Ah, macht wenig Sinn Nee, nee, macht nicht Sonst ist das verbuggt Ja, sonst ist das aber verbuggt oder so Und kennst du Ja, aber da ist keine Animation, dass irgendwas aufgeht oder so Ich werde angegriffen auf einmal Und was? Kobalt hier Uns fehlen noch zwei Wände, kann das sein? Pfff, merkt man kaum Ich mach mal Die schalte ich mal aus Ich esse mal ein bisschen was Noch ein Fleisch So, aber ich würde mal sagen, wir gehen noch auf die Pirsch, oder? Ja, Moment Dann haben wir ein bisschen Basenbau auch abgehakt So, ich bin dabei Essen habe ich hier Habe ich noch ein paar Bandagen Ja, zehn Stück In welche Richtung gehen wir? Osten oder so Gehen wir übers Wasser? Nee, hier Osten Einfach hier runter Hey, man kann sogar schwimmen Man schwimmt sogar Ist ja geil So, den Bogen könnte ich noch hier reinpacken Ja, okay, wenn du sagst gehen Osten, dann gehen wir gehen Osten Hier unten nehme ich die zwei Pflinzelein noch mit Einmal Mais und einmal Tomade Okay Bin gespannt, wenn wir Makarote mal finden Ich habe auch Kartoffeln nicht gesehen, ich hatte die einfach im Inventar Cool, einfach mal eh gespammt oder wie? Keine Ahnung Läufst du auf einmal hin? Auf einmal läuft er Richtung Norden Hier vorne ist so eine Basis Achso Ja gut, das könnte sogar Sinn machen, dass das die ist Die ist auf jeden Fall näher, ich renn mal einmal rein und guck Ja Ob ich was sehe Ja, dann guck mal Ich geh nochmal in Deckung Und? Äh, warte Zwei Dorfbewohner, ja Ja, 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 ja Okay Ich behake die, äh, Turm Gäste Wie lange verfolgen die mich? Ah, jetzt ist vorbei Wo bist du? Ah, daneben Einer da Rechts? Ja, ich Der schießt doch schon? Ja Ich switch extra ab und zu mal zum Schwert Ja, das ist wichtig Minimal höher musst du halten Neben uns, Sana Mach du den? Ja, der kräft dich an Ist er down? Oh, ich muss mich heilen Ja, das ist wichtig Ist er down oben? Äh, ja Nice Da hinten ist noch einer Na, gib mir die 5 Das war eine optimale Flugbahn Was ich da instinkt getroffen habe Läuft Der nächste ist down Nice Guck mal hier rechts, ob hier noch irgendwo einer ist Ja Ich behake noch die, die Rechts hinten ist noch ein Turm Rechts hinten ist ein Turm Soll ich abschießen? Boah, ich habe auch getroffen Fresh drift Oh, ich habe keine Pfeile mehr Gibt mir Deckung Oh, kommt keine Ja, down Headshot Äh, ich heil mich kurz Ja, mach das Und ess bisschen was Okay Eingeloggt Nice Ah, beide, beide Einer down Guck auf deine Hälfte Ist gut, ist gut Nice Zwei direkt down Beide gesnackt Wir sind noch einige Ja, wer greift als erstes an? Greift nie überhaupt an Ah, rechts, links kommt einer Ja Den kriegste allein, oder? Ja, der geht auf dich, das ist so ein bisschen das Nimm dir die Pfeile wieder Ah, stimmt Wäre vielleicht nicht verkehrt Dann helf noch, okay? Ja, easy Kommt wieder einer, zwei Nimm lieber Schwert Ja, haste recht Nice Alter Voll niedergestreckt Pfeile nehm ich wieder Ich glaub, ist nur noch einer Ne, zwei Oder? Ich steh nur ein Wieso gehst du auf mich? Oh, ich bin down Oh, down hat's kurz geleckt Oh, come on Ich komm direkt Ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf Hat der dich, oder was? Ne Vier Weil noch ein kleiner auch noch gepullt wurde Achso, hab ich gar nicht gesehen, dass nur noch einer ist Ja, genau Bist du gone? Ja Auf einmal schlägt meine Figur am Ding vorbei, ne? Aber ich bin unterwegs Ja, ich brauch dich auch hier Ich lauf mal schnell zu meinem Sack Ja, da rind dir hinterher Nimm schnell Schwert nur und Geweckt 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 Na, nimm Ab Er ist down Er ist down Er ist down Ja, ich kann meinen Sack in Ruhe glaub ich holen Ah, dann ist gut Er kommt nicht direkt So, equip 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 Wo ist meine Hose? Ne Hut brauche ich Equip Das Schwert Das Axt Hier Picke Perfekt Bandagen hier Da hinten ist noch einer Ja, einer ist es noch Ich schieße schonmal an Ich glaube ich Ja, ich schieße auch erstmal drauf Kann nicht schießen gerade Pfeile wieder weggepackt Idiot Bist du down? Ja, ist down Nice Siehst du die Dorfbewohner hier auch? Ja, sehe ich Nice Das sind die, die wir brauchen Ja, das waren definitiv die Falschen, die anderen Gerettet Gerettet Nice So, jetzt kann ich in Ruhe meinen Sack hier noch leerräumen Du kannst deinen auch noch in Ruhe holen Das ist aber nicht mein Sack Ich bin ja nur einmal gestorben hier Ne, deinen Händen hast du den komplett geholt? Ja, ja, habe ich komplett ausgeladen Da war gar nichts drin oder was? Der andere wurde verdoppelt, wieso auch immer So Gut Ja, dann Brich mit Grin nun Jetzt wird es dann sein, die Die fünf Ohne fünf Dorfbewohner Wissen wir direkt wo Ja Das wird so oder so kommen, definitiv Ja, natürlich Ah, da geht's heim Bei Kürbis hier auf dem Weg Das ist halt das, weil es mir nicht angezeigt wird, richtig hier Ja Ich geh mal kurz bei den Tomaten gucken Mach das? Ich sprech mit Grin nun Ja, mach das Du hast es geschafft! Das war gute Arbeit Es gibt allerdings noch weitere Schreiner und mehr Dorfbewohner, die gerettet werden müssen Ich werde dir mehr erzählen, wenn wir uns am nächsten Schrein wiedersehen Ist das jetzt ein Portal, oder was? Triff mich dort, am nächsten Schrein Wo ist denn der nächste Schrein? Ich seh halt die immer noch hier stehen Ja, bei mir steht der auch noch da Ah, hier ist noch der Dorfbewohner jetzt Aber der macht nix, der chillt nur hier seine Basis Ich seh nix, also ich seh keinen Hm In welche Richtung jetzt ist die Frage? Joa Macht das Ding einen Strahl, oder wie? Bisher seh ich keinen Strahl, sagen wir so Aber vielleicht Wenn man auf den Dings blickt Wenn der aus irgendeiner anderen Richtung zum Strahl kommt, oder so Aber ich seh auch nix Ok, müssen wir dann erkunden, auf jeden Fall Na, dann müssen wir suchen Die Tomaten sind noch nicht so weit Und ein schönes Haus ist auch noch nicht so weit Aber zumindest haben wir eine Tür, also Nur noch kein Dach, ne? Ja So, ich sortier mal ein bisschen mein Inventar Muss ich eigentlich gar nicht, so viel Zeug hab ich da nicht mehr Naja Am nächsten Schrein soll man sie treffen, aber wo ist der nächste? Das ist es halt Hier kann man, sprich mit Selene Man kann Kartoffelsamen und Kürbissamen und so hier kaufen Und Karottensamen Gehen Geld, aber wir müssen erst Sachen verkaufen Ah, man kann Sachen verkaufen Geiler Scheiß Aber ich würd fast schätzen, dass der nächste Schrein übers Wasser rüber ist Verhoffen? Könnte sein Ich guck mal ein paar Meter übers Wasser Ich guck mal ein paar Meter übers Wasser Solang wie halt die Folge noch reicht So lang ist es nicht, aber 20 Kauf mal ein paar Karottensamen Ja, mach das Meissamen, kauf ich direkt auch ein paar Es ist zumindest eine Schwimmanimation Den Rest haben wir alles Finde ich schon mal gut Dann haben wir jetzt auch Karotten Perfekt Man kann schwimmen und Wasser trinken gleichzeitig Nice Hä, er zeigt mir an, nicht genug Ressourcen Was braucht man denn dafür? Er denkt, ich hätte die nie gekauft oder so Okay, schade Na ja, dann halt nicht So, ich guck aber mal, was man braucht für eine Holzdenke Bretter und Holzscheide Ist auf jeden Fall schon mal was War schade, dass wir jetzt hier so eine Base hingehämmert haben Und dann müssen wir die vielleicht schon aufgeben, weil wir zum nächsten Schrein müssen Ja, das ist echt schade Aber man muss halt den Schrein auch erstmal finden, das ist das nächste Ja, aber ich vermute das ist irgendwo in die Richtung der anderen Dorfbewohner Meinst du? Ja, weil macht ja irgendwo Sinn, weil wir müssen ja irgendwann retten Und bestimmt ist die nächste Stufe Rette 5 Dann irgendwann Rette 10 und so weiter Na Geh mal da hin in die Richtung, mal gucken ob ich irgendwo was leuchten sehe oder so Oh, ich hab ne Höhle gefunden Eine Höhle? Gefährlich, gefährlich Ich geh mal ein Stück rein Auch wenn die Folge so gut wie vorbei ist Ja Oder eigentlich wär sie schon vorbei Ja, geh mal kurz rein, dann passt das ja Dann kann ich noch kurz hier nach dem nächsten Schrein gucken Das Ding kann ich nicht hauen Okay Ich bin raus Was da drin? Ähm Wieder so ein Ork oder was das sein soll Ein größerer oder? Nö, geht eigentlich Der hat im ersten Moment größer ausgesehen Okay Aber ist halt einer wie du mit so einem Zweihand Mit einer Zweihand axt Okay Hier finde ich erstmal nix auf dem Weg Das ist ja meistens auch in der Nähe vom Wasser relativ, ne? Würde ich aber auch nicht immer drauf wetten Nö, ne, das nicht, ja nicht Aber ich hab auf jeden Fall ne Höhle gefunden Ja, muss es ja was geben Wegen Eisen und Kupfer und sowas Naja Das war ja fast irgendwo klar Die Frage ist Wo ist der nächste Schrein? Was ist eine gute Frage? Ist das hier unten? Nix Hm, ich würd sagen den Film in der nächsten Folge Würde ich jetzt auch sagen Ja, okay, wenn euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Schreibt uns was in die Kommentare Schaut beim guten FreshFiles vorbei Hier sind nochmal Videos für euch Wir sagen Ciao und Tschüss Bis zum nächsten Mal Ciao